und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren part co-op portal 2 viel spaß ja lass mich raten ich habe fast 500 mehr steps als du alles ist du machst auch mehr schritt als ich so wie kriegt das hier zusammen als gedacht also jetzt sich diese nervischen technischen probleme auf meiner seite irgendwo immer ein problem es soll euch so mögen es audioaufnahmen sein mögen es keine ahnung verbindungsprobleme sein es gibt immer was ich bin einfach viel zu intelligent für das game ok wahrscheinlich musst du jetzt wieder okay machen best du jetzt noch hier im portal und ist einfach genial in der tat darauf erst mal eine flasche alpezin oha das ist asozial das ist sowas von asozial ich will es aussehen noch mal zurück passieren was ist wenn ich möchte herunter vielleicht kannst du was lösen hängen ich löse auf was ist da auf dem pad kannst du trauen ich sehe ich sehe es ich sehe es ich sehe es ich muss sagen wie warte zu mir runter ich komme muss du mein mikrofon wieder einstellen hallo ich bin mal drauf okay das ist total von mir ich laufe ich bin da runter genau hierhin ach lol ist es okay ich komme da nicht durch ich bin zu fett ich bin zu fett ah warte ich habe eine idee ne mach mal wieder dahin mach mal wieder dahin ja warte ja warte ähm ein moment ich muss erheben äh perfekt war ja wahrscheinlich nicht die eleganzeste lösung aber es war eine lösung ja gut ähm nimm den ball ja ja aber ich wenn ich den nehme ja und so ha gib mal her nein was hast du gemacht ja der ball der ist mir ich wollte den hoch springen loslassen du ihn bekommst und ja okay warte kurz muss ich das portal platzieren ähm okay perfekt okay ich habe eine idee gib mir den ball nein ha fuck okay warte warte bist du bereit oh lol ach so ja okay ah das klappt okay okay bist du bereit haha ja ich denke schon fang fang mir bei warte 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 platziert das portal ein stückchen woanders oder ne warte 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 ja doch platzieren es woanders und wo ähm da so fragezeichen ach so jetzt ah ich sehe es okay ich sehe es ähm mach dich bereit zum springen ja es war ein milch lol okay bist du ready ähm los du kannst es doch setzen nachdem ich hochgesprungen bin okay genau nochmal nochmal okay springe hoch dann platziert direkt vor dir das hat zu früh zwei Monate jetzt könnten wir den ball fahren bestimmt geht es nicht war ja wieder klappt ah hab ihn perfekt aber jetzt schaffst du oh mein gott haha hurra äh äh nein voll nicht weg tschüss der ball ist ein griefer okay ähm wie kommst du jetzt rüber fett 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 und jetzt unter mir am besten ach so ja genau jetzt komm ich hier oben drauf gut ja und perfekt oh gott schon ein bisschen peinlich ja mach ein dick ha 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 ist ein verdammt gut let's a go let's a go it's a me a Mario fett fett ähm okay ich habe so eine dumme idee geht bitte mal hier drauf ich bin okay bist du drauf ja ja der portal ist gestorben ist kam jetzt ziehe ich hier ein portal hin ok hast gemacht ja damit das platziert ein portal hin das andere genau als sind wir jetzt hier jetzt zurück zurück ich habe mich nicht mehr sensibel sehr schön platziert hier ein portal hin geht zurück das andere portal auf mein portal hin genau jetzt können wir einfach verdammt sind wir gut ja gut ich habe mich geopfert weil ich wollte einen hellen tat machen aber ja gut ja du mal wieder soll es dich wenn es ein achievement dafür gäbe ja zehnmal gestorben an der gleichen stelle da ist ich lieber am aufgang hätte ich versucht zu sterben ich will auch mal was machen hab was gemacht verstehe ne du musst dir glaube ich da auffangen den ball also könnte ich bin schnell ich drück einfach noch mal auf den knopf let's go nein ich habe ihn überfallen lassen wo ich ihr gespümmt habe ok sehr schön okay jetzt müssen wir versuchen warte warte die mini ball ja jetzt geh wieder zurück zu einer strecke jetzt muss zum portal platzieren oben was ich meine nein 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 da 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 warte ja ja die richtung ist so jetzt schau mal hier nach oben ja total ist hier und jetzt kommen wir zu mir ja und platziert quasi jetzt hier das an mein dein portal hin ins andere über deins ja ja so jetzt kann quasi hier rüber laufen ich stehe hier okay ich bin strong zusammen und und tada yeah Gott wir sind einfach genial oh Gott hey Suicide boink haha willst lieber nicht warten bis aber gut ich muss auch mal kurz rüber ich versuche noch den sinn herauszufinden ah nee warte doch oder nee bin verwirrt ähm Alter oben an der decke müssen wir das wahrscheinlich positionieren aber wo kommt der einfach hin ja quasi so dass ähm ich glaube irgendwie oben dass das uns aufhält weißt wie ich meine warte mal ja 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 neıt partner ich dachte das ist ja für Science und so, ne? ok welche Pfeile siehst du hier? ich weiß nicht, aber ich das war dumm ich kann mich total wieder löschen ok, perfekt na, Hure warum geht das nicht? ach so, weil, ja, ne genau, das wollte ich auch machen ähm was ich da machen wollte, weiß ich noch nicht, aber ich hätte es rausgefunden weißt du was? oh, fuck, ja, komm ja weißt du was ich gemacht habe? ja, ich glaube schon das war das gleiche, was ich gemacht habe ähm du musst ein Portal von mir oben killen ok, das ist auch das so ja, ähm was muss ich hier tun, ne? ja, und du? ach so, ja ist der Weg zum heaven, ja? willst du mich verraschen? was soll das werden? du hast nun wohl, ich will uns eine Brücke bauen oder warte, kann ich das? kannst du das höher platzieren? ne, das ist schon maximal grad ja, das ist fucking so Millimeter Arbeit, weißt du ich will hier gerade, aber ich könnte auch nicht mehr machen, ne? ich mein wenn ich das so oh Gott sind wir blöd Leute hallo ja, ich hab's ach so, oh das ist ja ich war jetzt halt mit einer Brücke hochlaufen lassen ja, so, ja wir können auch durch die Portale laufen lassen ich hab's aber echt nicht gesehen ich hab einfach all gedacht, ok, mal gucken was passiert dann oh, interessant ok, wir kommen jetzt hier runter, das nächste Frage ähm na, ich mein, ne? so jetzt der Portale um oder unten hin so einfach durchlaufen wo kannst du da nicht durchschießen, hä? keine Ahnung ich kann's aber grad nicht nein, ich bin zufried ui haha wir sind komplett runter, oder reicht wenn wir auch hier sind? es sieht zwar so, sollten wir komplett runter ich halte mir mal mal einen Strahl aufrecht ey warsch oder ey, ich bin so klug, Alter, das glaubst du mir gar nicht du hast mir mal einen Strahl kaputt gemacht jetzt, ja geil, komm mal zu mir, komm zu mir ha? ich sagte, komm zu mir ich war bei dir haha naja, du mich auch ich bin hier oben guck 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 ja, guck mal ach, guck mal, das ist ähm ja, kannst du ruhig hier gleich bleiben, gell? naja ähm ja, und du? ich hab so ne weißt was, guck mal, hier kannst du ein Portal platzieren warte hier und erst nochmal hier oben eins ähm ähm okay, ich sehe hier das ein Ende, ähm ich kann nicht das muss ich verdammt nein, das kannst du nicht haha warte, 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 ähm das ist okay, okay ähm aber wenn ich jetzt so mache ähm warte, 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 es war richtig so okay das hat's nicht so gesagt du warst nicht geplant, ähm hahaha ups ähm dass mein Portal deleted das war natürlich pure Absicht, ähm naja, sieht doch so unnötig aus fängt kaputt gemacht einen Moment ähm ja, ja, warte mal ich will mich nur mal umschauen, okay haha nein, nicht deswegen wo ist die Brücke? oh hahaha ja, gut hahaha warte oh, Gott, scheiße, da ist doch die Lösung ich hab sie ähm passen weißt du so? ah praktisch okay, ähm jetzt müssten wir noch muss kurz das deleten, dann müssen wir nur noch hier reinfallen und sind wir fertig durchs mal Portal ähm stop nein ich bin eine Schande hahaha hahaha ähm schaffst du's? ich bin gestorbt nein, ich hab's doch durch geschafft ich weiß ähm wo bist du grad? was machen? ok, ähm ich hab dein Portal platziert, wenn du irgendwie schaffst wo guck äh warte, 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 warte zack was denn? warte, 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 ich kann hier oben kein Portal platzieren ah doch, doch, warte, warte, warte warte let's do it warte mal ne, es ist äh, es ist zu dick, um sich durchzuquetschen ok ok das ist schon einfach da rüber, versuch's dann zu deleten ok hui, okay, stimmt und dann bist du uff 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 tschüch uff 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 uff